Habt ihr denn schon mal was von dem Wort Integration gehört? Ja. Was bedeutet Integration? Das ist, wenn man andere ausschließt, ne? Ja, eben nicht. Wer von euch hat deutsche Freunde? Deutsche Freunde? Jessica, klar. Ja? Ich? Keine Einzige. Ich auch nicht. Keine Einzige. Du auch kein Einzige, ne? Ne, jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, Garesi, hast du deutsche Freunde? Nein. Nein. Na klar, ich hab's jetzt nicht. Du, Valentina, hast auch keine deutschen Freunde? Warum hast du keine deutschen Freunde? Weil sie nicht zu uns gehören. Ich kann nicht deutsche, ahm, so zeigen, keine Ahnung. Kannst die Deutschen nicht so gut leiden? Das ist so, draußen hängst du mit Deutschen ab, machen die anderen Sachen an, die du machst. Zum Beispiel, wie Schweinefleisch essen. Man ekelt sich dann vor denen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sowas schon sehe, ekele ich mich. Guck mal, wenn die Ausländer alle bleiben würden in Deutschland, ne? Und die Deutschen nur für einen Tag verschwinden, ne? Das würde nicht auffallen, ne? Und die Deutschen nur für einen Tag verschwinden, ne? Das würde nicht auffallen.